Willkommen zu einem neuen Video, heute mit Banknoten aus dem Deutschen Reich. Da fangen wir hier an mit Rosenberg 17 vom 1. Juli 1898. Dann 100 Mark Rosenberg 23a vom 18. Dezember 1905. Rosenberg 30 vom 8. Juni 1907. Rosenberg 37 vom 10. September 1909. Rosenberg 40a. Erkennbar an der Länge der Seriennummer. Beziehungsweise auch an der Ziffernanzahl. Vom 21. April 1910. 1000 Mark auch vom 21. April 1910. Rosenberg 45c. Erkennbar an dem Buchstaben, der auf der rechten Seite unten steht, also das graue H. Dann hier Rosenberg 46b vom 21. April 1910. Durch die grünen Siegel und auch hier meiner Meinung nach durch die Länge der Seriennummer, also durch die Ziffernanzahl erkennbar. Wurden teilweise auch später ausgegeben, im Ersten Weltkrieg später gedruckt, aber das Datum wurde beibehalten. Als nächstes Rosenberg 70 vom 27. März 1922. Dann haben wir hier Rosenberg 75a. 1000 Mark vom 15. September 1922. Erkennbar am Wasserzeichen. Dann Rosenberg 75f. Auch hier wieder ausschlaggebend Farbe des Papiers und das Wasserzeichen. als drittes Rosenberg 75i. Erkennbar hier oben an der braunen, an der braun gefärbten Seriennummer und auch hier wieder am Wasserzeichen. und Rosenberg 75q. Erkennbar an der roten Seriennummer und auch am Wasserzeichen. Als nächstes haben wir hier Rosenberg 90b. 100.000 Mark vom 25. Juli 1923. Und auch hier wieder das Wasserzeichen, was den Ausschlag für die Katalognummer gibt. Dann gehen wir jetzt schon in den etwas höheren Bereich. 1 Millionen Mark vom 25. Juli 1923. Rosenberg 92b. Mit einer sechsstelligen Seriennummer. Und auf der rechten Seite den Lettern. Kommen wir jetzt zu einem 10-Millionen-Mark-Schein. Auch vom 25. Juli 1923. Rosenberg 95. Dann 2 Millionen Mark vom 9. August 23. Rosenberg 103c. Auch hier wieder das Wasserzeichen. Rosenberg 108b. 50 Millionen Mark vom 1. August 23. 20 Millionen Mark vom 1. August 23. Auch hier das Wasserzeichen dazu. Dann auch deutlich schon am Farbunterschied zu erkennen. Rosenberg 108h. Und auch hier das Wasserzeichen. Dann haben wir hier Rosenberg 108l. mit einem wellenförmigen Wasserzeichen mit eingebauten Achten. Also mit der Zahl 8. Hier haben wir 1 Milliarden Mark Überdruck auf einem 1.000-Mark-Schein. Rosenberg 110e. Und hier auch die Rückseite dazu. Und zu guter Letzt Rosenberg 123. 100 Milliarden Mark vom 26. Oktober 1923. Das soweit als Update für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.